Hallo und herzlich willkommen in der E-Learning-Welt zu einem weiteren Video in der Reihe Erklärvideos schneiden mit HitFilm Express. Jetzt sind wir im Bereich Beschleunigen von Sequenzen. Habt ihr auch schon mal was vorbereitet? Gehen wir gleich mal rüber zu unserem HitFilm. Ihr könnt hier ein Video sehen, bei dem hier oben ein Text eingegeben wird. Ich fahre mal kurz mit der Scrollleiste hier drüber. Ihr seht, da wird so ein Text eingegeben. Und das Eingeben dauert relativ lange. Wenn ich das also im Videofilm zeigen möchte, dann vergeht da relativ viel Zeit, um diese Texteingabe praktisch zu machen. Also wollen wir die beschleunigen. Das geht nun folgendermaßen. Wir suchen uns zuerst den Punkt, an dem die Texteingabe beginnt. So, hier haben wir noch keinen Text stehen. Wir nehmen das Werkzeug Rasierklinge und schneiden unser Video an dieser Stelle durch. Jetzt scrollen wir einfach bis zu dem Punkt, an dem die Texteingabe vollendet ist, also hier, und schneiden das Video an dieser Stelle ebenfalls durch. Jetzt gehe ich wieder zurück auf Mauspfeil. Jetzt habe ich also hier in der Mitte eine Sequenz, die ich gerne schneller laufen lassen möchte. Dazu klicke ich jetzt auf dieses Video mit der rechten Maustaste. Dann kommt hier ein Menü und hier gibt es oben einen Eintrag Speed Duration. Da gehen wir einfach drauf. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, entweder eine Geschwindigkeit in Prozent einzugeben oder eine neue Länge einzugeben. Ich gebe eine Geschwindigkeit in Prozent an und zwar mache ich das Ganze achtmal so schnell. 800 Prozent. Mache OK. Was passiert jetzt? Dieses Video wird einfach achtmal so schnell abgespielt. Hier ist der Text fertig. Das heißt, ich scrolle jetzt einfach hier bis zu diesem Zeitpunkt und schiebe jetzt das hintere Video wieder dran. Und da ist nun unser Teil, der mit sechsfacher Geschwindigkeit läuft. Wir gucken uns das Ganze mal an. Also das geht ganz schnell. Und so kann ich eben Zeiten, die normalerweise in Original recht lange dauern, überbrücken im Video, indem ich sie einfach schnell ablaufen lasse. Ja, das war es schon zur Geschwindigkeit und ich sehe euch gleich im nächsten Video wieder. Ja, das war es schon.